Guten Morgen! Wie geht es Ihnen? Ich heiße Thomas. Woher kommen Sie? Ich komme aus Marokko. Wie alt sind Sie? Ich bin 25 Jahre alt. Was ist Ihre Telefonnummer? Ich verstehe nicht. Können Sie das bitte wiederholen? Was bedeutet das? Wo ist die Toilette? Entschuldigung. Dankeschön. Bitteschön. Ich spreche kein Deutsch. Sprechen Sie Englisch. Ich brauche Hilfe. Wie viel kostet das? Ich möchte Schokolade kaufen. Ich habe Hunger. Das schmeckt lecker. Ich bin müde. Ich bin traurig. Ich mag das. Ich mag das nicht. Ich liebe dich. Ich vermisse dich. Wo ist der Bahnhof? Wann fährt der Zug ab? Ich habe eine Reservierung. Ich möchte ein Ticket kaufen. Wie spät ist es? Es ist 10 Uhr. Ich bin zu spät. Ich bin pünktlich. Ich bin hier. Ich bin dort. Ich bin auf der Arbeit. Ich bin in der Schule. Ich bin im Supermarkt. Ich bin im Restaurant. Ich bin im Park. Ich gehe spazieren. Ich fahre Rad. Ich fahre Auto. Ich schwimme gern. Ich tanze gern. Ich singe gern. Ich spiele gern Fußball. Ich schaue gern fern. Ich lese gern. Ich arbeite viel. Ich lerne Deutsch. Ich studiere. Ich arbeite als Lehrer. Ich bin arbeitslos. Ich suche Arbeit. Ich habe eine Familie. Ich habe Kinder. Ich habe Geschwister. Ich habe Freunde. Ich habe eine Partnerin. Ich habe einen Hund. Ich mag Tiere. Ich mag Musik. Ich mag Filme. Ich mag Sport. Ich mag Reisen. Ich mag Essen. Ich mag Kaffee. Ich rauche nicht. Ich bin Vegetarier. Ich esse Fleisch. Ich esse gern Obst und Gemüse. Ich esse gern Nudeln. Ich esse gern Brot. Ich trage gern Jeans. Ich trage gern T-Shirts. Ich trage gern Kleider. Ich trage gern Schuhe. Ich trage gern eine Uhr. Ich trage gern Schmuck. Ich trage gern eine Brille. Ich habe eine Allergie. Ich bin krank. Ich muss zum Arzt. Ich muss ins Krankenhaus. Ich nehme Medikamente. Ich bin gesund. Ich war schon in vielen Ländern. Ich war noch nie in Deutschland. Ich möchte Deutsch lernen. Wie lange lernen Sie schon Deutsch? Ich lerne seit einem Jahr Deutsch. Ich habe heute viel zu tun. Ich habe morgen frei. Ich muss arbeiten. Ich habe heute Abend eine Verabredung. Ich kann Ihnen helfen. Kann ich Ihnen helfen? Ich kann Ihnen helfen. Ja. Vielen Dank.